San Francisco ist eine fantastische Stadt in Kalifornien, USA, in der es viel zu entdecken gibt. Von der Golden Gate Bridge bis zur berüchtigten Gefängnisinsel Alcatraz. In San Francisco gibt es jede Menge zu sehen und zu erleben. Bei so vielen Möglichkeiten ist es oft schwer zu wissen, wo man anfangen soll. Deshalb habe ich eine Liste mit den 10 besten Sehenswürdigkeiten in San Francisco zusammengestellt, die du auf keinen Fall verpassen darfst. Keine Reise nach San Francisco ist vollständig ohne einen Besuch von Fisherman's Wharf und Pier 39. In diesem weltberühmten Hafenviertel gibt es unzählige Restaurants, Geschäfte und Attraktionen. Pier 39 ist eine der beliebtesten Attraktionen am Fisherman's Wharf. Dieser große Pier beherbergt über 100 Geschäfte und Restaurants sowie ein Karussell, eine Spielhalle und natürlich jede Menge Straßenkünstler. Pier 39 ist auch die Heimat der berühmten Seelöwenkolonie. Diese kalifornischen Seelöwen kann man oft beim Sonnenbaden auf dem Pier oder beim Schwimmen in der Bucht beobachten. Am Fisherman's Wharf und Pier 39 gibt es jede Menge zu tun. Egal ob du nach interessanten Leuten, Candys oder einfach nur nach einem Ort suchst, an dem du die Aussicht genießen kannst, du wirst hier alles finden. Also nimm dir Zeit, erkunde die Gegend und schaffe dir ein paar wunderschöne Erinnerungen. Kein Besuch in San Francisco ist vollständig ohne einen Besuch der Golden Gate Bridge. Diese ikonische Brücke, die sich mehr als 1,7 Meilen über die Golden Gate Meerenge spannt, ist eine der meistfotografierten Wahrzeichen der Welt. Bei einem Spaziergang, einer Autofahrt oder einer Radtour über die Brücke hast du einen atemberaubenden Blick auf die Bay Area. Die Golden Gate Bridge wurde 1937 fertiggestellt und wurde von der American Society of Civil Engineers zu einem der Weltwunder der Moderne erklärt. Den Namen hat die Golden Gate Bridge von der Meerenge, die sie überspannt und die als Golden Gate bekannt ist. Die Meerenge selbst erhielt ihren Namen von einem frühen Entdecker, der dachte, dass das Gebiet ein guter Ort für eine Wasserstraße sein könnte, durch die Schiffe vom Pazifik in die Bucht von San Francisco gelangen können. Die Farbe der Golden Gate Bridge heißt offiziell International Orange. Diese Farbe wurde gewählt, weil sie sich sowohl vom Land als auch vom Meer abhebt und außerdem sehr gut zur untergehenden Sonne passt. San Francisco ist eine wunderschöne Stadt mit vielen Hügeln, was die Fortbewegung in der Stadt zu einer kleinen Herausforderung machen kann. Glücklicherweise haben die Einwohner der Stadt um 1800 herum eine Lösung gefunden, die zu einem der Wahrzeichen der Stadt geworden ist. Die Cable Cars. Wenn du San Francisco besuchst, ist eine Fahrt mit dem Cable Car ein Muss. Denn San Francisco's berühmte Cable Cars sind mehr als nur ein Transportmittel. Diese historischen Straßenbahnen sind eine Attraktion für sich und bieten den Besuchern eine einzigartige Möglichkeit, die Stadt zu sehen. Wenn du während deines Besuchs in San Francisco mit der Cable Car fahren möchtest, stehen dir drei Hauptlinien zur Verfügung. Paul Mason, Paul Hyde und California Street. Alle drei Linien beginnen an der Market Street und enden an verschiedenen Punkten in Knob Hill, Fisherman's Wharf und Chinatown. Während deines Besuchs solltest du mindestens einmal mit der Cable Car fahren. Auf Alcatraz Island befindet sich eines der berüchtigsten Gefängnisse der Geschichte. Nimm eine Fähre zur Insel und besuche das Gefängnis, in dem einst einige der berüchtigsten Verbrecher Amerikas untergebracht waren. Alcatraz ist eines der beliebtesten Reiseziele in San Francisco. Die Insel beherbergte von 1934 bis 1963 ein Militärfonds, einen Leuchtturm und ein Bundesgefängnis. In den späten Jahren im 18. Jahrhundert errichtete die US-Armee auf der Insel ein Fonds als Teil ihres Küstenschutzsystems. Im Jahr 1906 wurde Alcatraz mit einem Leuchtturm ausgestattet und 1934 während der großen Depression in ein Bundesgefängnis umgewandelt. Berühmt-berüchtigte Kriminelle wie Al Capone und Mashing Gun Kelly waren unter anderem auf Alcatraz inhaftiert. Das Gefängnis wurde 1963 wegen hoher Unterhaltskosten und weil es als nicht mehr wirksam zur Abschreckung von Verbrechen angesehen wurde, geschlossen. Heute ist die Insel ein National Historic Landmark und gehört zur Golden Gate National Recreation Area. Von Fisherman's Wharf aus können Besucher mit Fähren die Insel besichtigen und mehr über die Geschichte erfahren. Die Lombard Street ist weltberühmt als eine der kurvenreichsten Straßen in San Francisco. Diese gebundene, hügelige Straße ist ein beliebtes Touristenziel und es ist leicht zu verstehen, warum. Mit ihren atemberaubenden Ausblicken auf die Stadt und ihrem einzigartigen Design ist die Lombard Street ein Muss für jeden, der San Francisco besucht. Die Lombard Street wurde 1922 gebaut, um die hügeligen Viertel der Stadt miteinander zu verbinden. Auch heute noch ist die Straße eine der meistbefahrenen Straßen in San Francisco. Touristen kommen aus der ganzen Welt, um diese kurvenreiche Straße hinunterzufahren oder zu Fuß hinunter zu gehen. Und wenn du erst einmal unten angekommen bist, gibt es jede Menge zu tun. Dutzende von Restaurants, Cafés und Geschäften säumen die Straße für die Touristen, sodass du leicht einen ganzen Tag damit verbringen kannst, alles zu erkunden, was die Lombard Street zu bieten hat. San Francisco ist eine geschichtsträchtige Stadt und diese Geschichte ist in Form von wunderschönen Häusern im viktorianischen Stil für jedermann zu sehen. Es gibt zwar viele solche Häuser in der ganzen Stadt, aber die berühmtesten und wahrscheinlich meist fotografierten sind zweifellos die sogenannten Painted Ladies am Alamo Square. Die Painted Ladies sind eine Gruppe von sieben Häusern im viktorianischen Stil, die am Alamo Square in San Francisco stehen. Sie wurden zwischen 1892 und 1896 erbaut und haben ihren Namen daher, dass jedes Haus in einer anderen Farbe gestrichen ist. Heute gehören die Painted Ladies zu den beliebtesten Touristenzielen in San Francisco. Jedes Jahr kommen tausende von Menschen zum Alamo Square, um Fotos von dieser wunderschönen Umgebung zu machen. Wenn du jemals in San Francisco bist, solltest du unbedingt einen Besuch bei den Painted Ladies in deinen Reiseplan aufnehmen. Der Palast der schönen Künste ist ein wunderschönes Gebäude, das ursprünglich für die Panama Pacific International Exposition 1915 gebaut wurde. Heute beherbergt der Palast ein Kunstmuseum und bietet den Besuchern einen Eindruck vom Charme der alten Welt San Francisco. Das solltest du nicht verpassen. Das Moore-Woods National Monument ist ein wunderschöner Wald in Marin County, Kalifornien. Das Moore-Woods National Monument wurde 1908 von Präsident Theodore Roosevelt gegründet. Benannt wurde es nach dem sehr bekannten Naturforscher John Moore. Das Moore-Woods National Monument ist eines der ersten National Monuments in den Vereinigten Staaten. Es beherbergt verschiedene Pflanzen und Tierarten, darunter auch den Coast Redwood Baum. Und der ist auch der Grund, wieso die meisten Besucher hierher kommen. Denn der Coast Redwood ist der höchste Baum der Welt und einige der Mammutbäume in Moore-Woods sind über 800 Jahre alt. In dem Wald gibt es auch Douglasien, Eichen und Matronenbäume. Doch der eindeutige King hier ist der Redwood. Das Moore-Woods National Monument ist ein Muss für jeden, der San Francisco in Kalifornien besucht. Mit seinen wunderschönen Mammutbäumen und leicht zugänglichen Wegen ist es der perfekte Ort, um einen Nachmittag lang diese Naturschönheit zu erkunden. Der Coit Tower im Financial District von Downtown San Francisco ist eines der bekanntesten Wahrzeichen der Stadt. Das 210-fußhohe Bauwerk wurde 1933 mit Geldern erbaut, die Lily Hitchcock Coit, eine wohlhabende Dame der Gesellschaft und begeisterte Unterstützerin der Freiwilligen Feuerwehr der Stadt, hinterlassen hatte. Heute ist der Turm ein beliebtes Ausflugsziel. Denn die Aussichtsplattform bietet Besuchern einen atemberaubenden 360-Grad-Blick auf die Innenstadt von San Francisco, North Beach, Chinatown, Knob Hill, Chirardelli Square und Treasure Island, um nur einige zu nennen. Chinatown in San Francisco ist eine der größten Chinatowns in Nordamerika und steckt voller Überraschungen. Von authentischer chinesischer Küche bis hin zu Läden mit Kräutermedizin in Chinatown ist für jeden etwas zu finden. Chinatown befindet sich in der Innenstadt von San Francisco, nördlich der Market Street. Das Viertel wird von der Grand Avenue, der Bush Street, der Stockton Street und dem Broadway begrenzt. Chinatown in San Francisco ist wirklich enorm groß. In Chinatown gibt es eine Reihe von historischen Sehenswürdigkeiten und Museen, die einen Besuch wert sind. Das Chinese Historical Society of America Museum ist ein großartiger Ort, um etwas über die Geschichte der chinesischen Einwanderer in Amerika zu erfahren. Auch eine Cookie Factory ist hier ein weiteres beliebtes Touristenziel. Chinatown in San Francisco ist ein großartiger Ort, den du auf deiner nächsten Reise hierher erkunden solltest. Kleiner Tipp, du solltest unbedingt mit den Ladenbesitzern feilschen, um ein paar tolle Angebote zu bekommen. Wer nicht feilscht, kann nur ein Tourist sein. Und hier noch eine elfte Bonus-Sehenswürdigkeit. Denn die dürft ihr auf keinen Fall verpassen. Die Twin Peaks sind zwei Hügel in der Nähe des Stadtzentrums von San Francisco, von denen man einen weiten Blick über die Stadt hat. Auf dem Gipfel genießt man einen Panorama-Blick auf die Innenstadt von San Francisco, die Golden Gate Bridge und viele weitere Sehenswürdigkeiten hier. Und die Aussicht ist wirklich spektakulär. Und das waren sie, meine Top 10 Sehenswürdigkeiten in San Francisco. Natürlich ist das nur ein kleiner Auszug der meistbesuchten Orte und Plätze in der Stadt der Nebel. Hier gibt es noch viel mehr zu sehen. Mit der Chirardelli Chocolate Experience, dem San Francisco Museum of Modern Art, der Transamerica, der Bay Bridge und vielen weiteren Sehenswürdigkeiten bietet San Francisco viel Entertainment, Geschichte, Kultur und Abwechslung. Wenn euch das Video gefallen hat, dann freue ich mich über einen Daumen nach oben und wenn ihr meinen Kanal abonniert. Vielleicht interessiert euch ja auch London und Paris oder Las Vegas. Ich blende euch die Videos gleich ein. Auf meinem Kanal findet ihr weitere Videos zu Städten in den USA und Europa und natürlich auch viele Videos von meinen Reisen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao, euer Alex.